Achso, du bist schon da, okay. Hab's beim ersten Mal gehört, oh! Sei mal nicht so zickig! Sie steht direkt davor, ich sehe sie, oh man! Das sind nur wir! Ich mach diese Geräusche! Oh man! Oh, jetzt geht ihr diese Stunde der zu wenig Munition los! Aber jetzt weiß ich, warum man dann immer schlagen kann, ansonsten wäre das mit der Munition echt abgefuckt! Gut, kann natürlich auch sein, der sich ein bisschen zu sorgt für die Munition umgeht und manchmal nur um mich ballere! Fähigkeit, oh nein! Oh man! Ich hab auch keine Ausdauer mehr, sehe ich grad! Hab ich denn vielleicht während Sätzen schon mal irgendwie grünes Kraut oder so eingesammelt? Uh, tatsächlich, cool! Schmeiß mal rein, die Kacke! Findet aber nichts an meiner Munitionslage, dass ich grade keine hab! Ähm... Oh Gott! Fuck! Wie schnell soll ich denn da drücken grade? Soll das ein Witz sein? Achtung! Wir kriegen Gesellschaft! Ja, hilf mir mal bitte! Sei mal ein Schatz! Oh man! Ich hab das Gefühl, dass ich das nicht überlebe! Mal wieder! Oh doch, wartet! Vielleicht! Vielleicht! Schnell, 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 schnell! Wirf dir einen so'n Ding ein! Gut! Okay! Es geht besser! Nicht perfekt, aber besser! Mann! Warum hat sie mir nicht geholfen, ey? Mann! Das war grad so gut! Und sie hilft mir nicht! Sehe sie! Schnell! Kacken! Ja, geil! Ich weiß, er macht mir nicht auf, weil er ein Hurensohn ist! Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist! Aufmachen! Das sieht auch ein bisschen komisch aus, also wie das da so das Haus runterläuft! Wir sind's doch nur! Schnell, lassen Sie uns rein! Okay, okay! Wir erledigen Sie zuerst! Oh Gott! Das war nicht gut! Genau! Ja! Okay, ich glaub mal eben drum und sammeln bisschen Munition ein hier! Zack, zack, zack! Und zack! Ja, er hilft dir selbst, so Nervensäge! Passt mir auch nicht hochgeholfen! Wow Achso, das war sie Ich dachte eben so, wer rennt denn da auf mich zu? Wir kriegen Gesellschaft Noch was? Nein Das glaube ich nicht erste... Ne, doch Fertigkeitspunkt, okay Soll ich mir auch... Oh, ich hab keine Ausdauer mehr Oh, shit Ach, das ging voll auf den Finger Du musst manchmal echt schnell drücken Ob das vielleicht mit dem Dings zusammenhängt Mit der Ausdauer Von wegen, je mehr Ausdauer man hat, desto schneller Äh, desto langsamer darf man drücken Habe ich nicht eigentlich Monitianer, also geht doch Oh Gott Das sind gerade echt ein paar viele, du Ein paar zu viele für meinen Geschmack Oh, dafür so ein Kreischer Oh, nö Lasst ihr mich alle in Ruhe mal Habe ich grünes Kraut? Habe ich Gut Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich wollte ihr helfen, ging aber nicht Was mach ich denn jetzt? Einfach nur wild um mich ballern? Als wär nichts Boah, ja Dankeschön Sehr verbunden Oh, danke Schön, dass Schön Dass du jetzt auf die Dekoppe zu helfe Mach doch bitte die Tür auf, Alter Ich kann nicht mehr Die Viecher bringen mich um Ich hab gar keine Muni mehr Ach man, nicht schon wieder, ey Munition Leckt mich fett Mehr Munition Fertigkeitspunkte Da war glaube ich gerade noch irgendwas Aber ich weiß nicht was Okay Ich hab hierfür noch Munition Okay, gut, gut, gut Ich hab's fast Kein Ding Springen mich nicht an Fuck Hilf mir hoch Ey, wenn du mir nicht hoch hilfst Dann ich schwör dir Danke Danke, danke, danke Och fuck Oh fuck Das ist gerade Hilf dir selbst Oh nein Ja, jetzt hat er mich Zu Tode geschrien Ey, jetzt ist doch lächerlich Ganz im Ernst Es ist so lächerlich Ich hasse sowas Sehe sie, schnell Ja, halt die Backen hier Alter, ganz ehrlich Ich hab da so keinen Bock mehr drauf Weiß ich auch Stell dir vor Nicht wenn du Ficker aufmachst Lassen Sie uns rein Okay, okay Alter Da kriege wir so'n Kotzreiz Ja, musst du Elle jetzt Die wandelnden Leichen sind ein bisschen langsamer als wir Ich lauf grad ein bisschen rum Und sammle so Munition ein Und so Und helfe dir mal so'n bisschen Kann ich aber nicht Wups Mal sehen Mehr ist hier nicht einzusammeln, ha? Oh gut Dann halt nicht, wa? Nachgeladen Und ab geht's So Stehst du auf? Natürlich stehst du Ja, genau, genau Oh fuck, verkackt Oh, ist auch nicht verkackt Oh, daneben Okay Ich hätte ja ganz gerne Weniger Fertigkeitspunkte Aber dafür mehr Munition Eieiei Wann kommt denn der Snipertyp Der mir helfen wollte Das wär echt toll Ich hab nebenbei noch Brandgranaten Das muss ich mir jetzt grad selber sagen Damit ich dran denke Ich helfe Ihnen Machen wir diese Bestien fertig Schön, dass wenigstens einer Etwas Rückgrat beweist Oh, mach ich ja Los Oh, wow Sieht noch einer guten Zeit Für ne Brandgranate aus, oder? Habe ich denn noch Ja, ich hab sogar noch zwei davon Perfekt Das ist doch super Hör auf, mich anzuschreien Ich schwöre dir Ich klatsch dir eine Dankeschön Haha So, du bist dann Glaub ich auch kaputt Danke Es sieht besser aus Na gut, na gut Jetzt kommt endlich rein Danke Dankeschön Komm her Komm schon Du blöde Nutte Ich hoffe, Ihre Information ist das wert Aber ja, darauf verbrette ich mein Leben Ja Alter, Alter Ich hasse die böde Kuh grad Ganz im Ernst Danke Das war eine schwere Geburt Werden Ihnen die Gesundheit ausgedrängt Drücken Sie RB Oh Ach, ich kann einfach RB und X drücken Dann mache ich automatisch Tabletten Schön zu wissen Ja Okay, erstmal wusste ich der komische Paul Der mich nicht reinlassen wollte Oh Sind Sie? Tut mir leid Wir sind keine Rettungskräfte Leider nein Leider gar nicht Tut mir echt Sorry und so Ich bin zwar ein eiskalter Motherfucker Aber Wir müssen Sie irgendwie aufkriegen Sagen Sie mir, was da unten ist Besser, ich zeige es Ihnen Wie? Ich kriege immer noch keine Antworten Du blöde Kuh Die wird mir immer unsympathischer Sie können entweder alleine oder Ja, geil I'm so sorry Ihr tut mir so leid Ich würde euch gerne helfen Kann ich aber nicht Und aus dem Weg Okay, mal gucken Untersuchung Ja, nicht mehr Das Ding kann ich bestimmt drehen Wenn wir uns matten Das ist nicht einfach nur Dekoration Oder einfach klauen Stimmt Hier gibt es mehr als es den Anstieg hat So, was macht sie denn da oben? Konnte ich nicht irgendwie Nee, ich dachte Ich dachte jetzt, ich konnte Äh, ihr, ihr, ihre Habehabehabeh Ist egal Ich dachte, ich hätte ihre Perspektive sehen können, aber Anscheinend nicht Sorry, ich muss mal kurz durch Oh, warte mal, da war grünes Kraut Er ist in der BSAA Sie werden sehen Er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf Marco, Marco Vielleicht treffen wir den sogar noch Kann ja sein Weil Chris Redfield ist ja in der BSAA Das kann ja sogar sein, ne Kraut Munition So, das laden wir mal eben nach Und das laden wir auch mal eben nach Oh, haben wir schon, okay Zack Es gibt zwei von den Statuen Sacreble Mal sehen Haben wir ihn hier noch Munition, hurra Uh, sie macht mal die Tür auf Habe ich auch noch nicht erlebt Okay, jetzt haben wir zwei von den Von den geilen Dingern Sie sind mit der anderen identisch Und sie sind nicht nur Dekoration Woher weißt du das? Rutschpartie Oui B Achso, sie muss die andere Okay Nein Hä Hier hört ihr, die reden Im Hintergrund reden sie Englisch Nur halt die Dialoge wurden Auf Deutsch übersetzt War das jetzt so richtig, oder? Okay Warte mal Die blauen Lampen erinnern mich ja mal Megamäßig an den Händler von Wir sind Evil 4 Welcome Äh Was denn jetzt? Was passiert jetzt? Was für Oh Gott Oh nö Okay Lass mich mal raten Jetzt reicht es aber mal langsam Da kommt gleich mal so zufällig irgendwo Random Diese Statue Die Siere